wie wir Satans Anfechtung entkommen können. Jesus Mein Kind, wenn du von Leiden heimgesucht wirst, wenn du nicht beten kannst, wenn du aus irgendeinem Grund verworren bist, wenn jemand dich beleidigt hat, wenn du dich wie abgebrüht fühlst und für etwas anderes keine Zeit hast, sage voll Liebe und Vertrauen. Jesus Jesus Beim Klang meines Namens fallen die Heiligen und auch meine makellose Mutter auf die Knie und beten mich an. Dann ist auch die Hölle gesperrt, denn auch sie steht unter meiner Macht und kann nichts tun, sondern beugt sich unter meinem Namen. Das ist die Deutung der Heiligen Schrift. Vor dem Namen Jesu beuge sich ein jedes Knie im Himmel auf Erden und unter der Erde. Meinst du nicht, dass dieses Gebet, in dem du meinen Namen aussprichst, sehr wertvoll ist? Wenn du während des Gebetes nichts anderes tun kannst, als meinen Namen auszusprechen, Jesus und das so oft du atmest und Liebe und Vertrauen hast, wehtest du gut. Du kannst damit alles erreichen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen Amen